Willkommen zurück! Wir wollen sie, was hinterm Tor Nummer 3 ist! Und lauter Feuerfledermäuse, na ganz toll! Und das Tor geht hinter uns zu. Noch besser! Na? So, was haben wir da? Irgendetwas Rundes? Da ist auch irgendetwas? Äh, probieren wir einfach mal unser Glück, indem wir hier längs huschen. Und das war klar, dass hier irgendein Mechanismus ist. Das war sowas von klar. Jetzt müsste irgendeine Plattform hochgehen, oder? Ja, sehr schön. So. Dann probieren wir mal unser Glück da vorne. Hallo, jemand zu Hause? Okay, großer Raum, der leer ist, irgendein Hinterhalt. Jo, irgendein Hinterhalt. Ich hab's doch gewusst. Eher Gefängniswert. Servus! Ah ja. So, und. Ich bin mal kurz da vorne. So, weg da. Aua. Bek da, 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 Bek da. Was für ein Scheißdreck, ey Okay, der sich wiederholt So schnell weg hier Na 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 Oh oh Jetzt sagen wir nicht, dass der mit den scheißen Dreckslingern hier, äh, wirft Achso, der hat jetzt ein großes Spee auf dem Kopf, sehr schön Ja, war klar Booyah War's das? Ah, sehr schön Ähm Ich dachte eigentlich, da wäre ein bisschen mehr Na egal So, schauen wir mal, was hinter Tor Nummer 4 ist Ein Aufzug Okay Äh, geht der abwärts oder geht der aufwärts? Der geht abwärts, okay Warum frage ich eigentlich noch? Bei meinem Glück geht alles immer abwärts Hier Okay Okay, okay, okay So Und da haben wir wieder ein paar Na Na Ich hab doch gesagt Und Ach du Scheiße Okay Okay Yo Am I out of it? Immer her damit. So, da geht es soweit nicht. Okay. Ich habe ein bisschen Angst hier. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hier kann überall Tod und Verderben lauern. Sorry. Das schiebe ich. Servus. Ich traue dem Frieden nämlich so ganz. Denn das hört sich für mich sehr stark danach an, als ob das so ein zeitversetztes Ding ist. Kann aber auch sein, dass ich hier jetzt ein bisschen rumspin. Na? Hier. Sehr schön. Hallo, jemand zu Hause? Hm. Aha. Okay. Und den Weg jetzt wieder zurück. Und ohne, dass hier irgendetwas... Ich habe es doch gewusst. Leck mich doch nett hier. Nee, du nicht. Weg da. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Wie gesagt, bei meinem Glück... Weg da. Ich vertraue dem Frieden hier nicht so ganz. Sag mal. Gehst du dich hier auch mal langsam hin? Geh doch. Alter, geh sterben. Und... 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 gehen. Geh doch. Geh doch. Geh doch. Aua! Ich hab's doch eben geahnt, dass da von oben wieder irgendwelche Kackbratze runterflattern. Aber nee, auf mich hört ja keiner. So. Ähm, ja. Ich möchte eigentlich mal wissen, was da hinten ist. Kommen wir da noch später hin, oder? Täuscht das jetzt nur? Ich glaub, das täuscht nur. Und ein langer Gang. Ohne Gegner, ohne gar nichts. Okay, hier geht's noch rechtslängs. Trotzdem trau ich dem Frieden hier nicht so ganz. Ich weiß auch immer wieso. Da können halt immer ganz liebe Kackbratzen stehen. Oder wie der Heider immer so schon sagt, direkt steppen. Waren das nur die beiden? Okay. Hallo. Anscheinend. Aha. Äh, servus. Aha. Aha. Okay. Da bin ich jetzt hier wieder. Okay. Auch nicht schlecht. Muss mir nur was sagen. Äh, wie kam ich jetzt da hoch? Ich glaub, hier durch die Tür. Genau. Dann hier durch. So. Na, komm. Geht doch. So. Denn wenn jetzt alles passt, und ich hoffe mal, dass jetzt alles passt, dann... Jo. Sehr schön. Wollen wir kurz da rüber zu hüpfeln? Irgendwie. Genau, der ist hier automatisch fest. Und hier müsste eine Tür sein, mit einem besonderen Gegenstand. Vorratssuche. Ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enttötet. Jo. Diese Art von besonderen Gegenstand meinte ich eigentlich nicht. Na? Ja, was soll's. So. So. Hier so rüber. Wird. Das war wohl nichts. Schade. Ladevorgang. Warum ist hier jetzt ein verdammter Ladevorgang? Kann mir das mal erklären? Genau, hier ist die Tür. Da geht's, glaub ich, zum Boss. Oh. So. So. Und so. Na kommst du woher? Na? Genau. So. Dann schließe ich die Tür hier. Und. So. Jetzt seh da. Wir sind da drüben, wo wir eigentlich hinwollen. Von Papas. Teil der Abgrundrüstung. Ja. Ein Teil der mit Blut geschmiedenen Abgrundrüstung sammelt sie alle zehn Teile, um die Rüstung komplett zu haben. Ja. Sehr gerne sogar. Sehr gerne. Sehr gerne. So. Was haben wir hier? Ein Thornkern. Jetzt haben wir drei. Sehr schön. Und. Noch ein paar mehr Seelen. Sehr schön. Ja. War klar. Aber. Immerhin. Äh. Wo kam ich längs? Wo komm ich her? Nee, da ging's nicht weiter. Wir gehen zurück. Denn wir wollen ja das Schwerträtsel lösen, ne? Um zu Tiamat zu kommen. Da können wir eigentlich hier runter wieder, aber... Ne, lassen wir mal. Denn der andere Weg ist schneller. Wenn ich den jetzt noch wüsste. Tööö. Äh, du sollst... Krieg, du sollst runter. Geht doch. Sehr schön. Genau, und wir zwei Beppen kommen hier noch. Kappelgeklopps, yo. Hallo? Tja, so viel dazu. So. So. Jetzt sind wir wieder hier. Da geht's irgendwie nicht weiter. Ich weiß auch warum. Wir gehen in zwei Scheiben. Sehr schön. So, da haben wir einen Raum mit zwei Trunen drin. Ich hab mal sehr stark das Gefühl, im Urin, dass da wieder ein Bosskampf auf uns wartet. Yo. Also eine Art Bosskampf. Wie machen wir das am besten? Oh. Wir können die... Ja, schau. Ja, schau. Ja, da war's. Ja, da war's. Ja, hierher zu kommen. Aua. 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 Hey, du Arsch. Ich glaube, es hakt hier, ne? Saman. Weg da. Sag mal, mehr als für mich zu schicken? Ich mit meiner großen Klappe wieder mal. Chaosfresser Stubenaufstieg. Der Chaosfresser ist voller Energie und seine destruktive Kraft wird immer größer. Yo! Und irgendwie erinnert mich das süß so ein bisschen an den Nemesis. Ich bin ja. Bektar, 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 bektar. weg, ja? Jo. Boah, ey. Alter, war das knapp. So. Warum? Warum zum Fick immer so eine Scheiße hier abziehen? Hä? Haben wir es mal langsam. Hallo? Wo bist du? Hier. Aua. Au. Sag mal. Sag mal. Weg da, 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 weg da. Wächter. B-Zug. Au. Alter. Hallo? Ich glaube, es sagt hier langsam. Es geht doch. So. Na. Ach nee, jetzt auf einmal. Sorry. Jetzt auf einmal. Ach so, das Ding geht hoch. Okay. Aber jetzt auf einmal kommt das kommt die Ebene hier wieder hoch. So. Hm. Hä? Ich dachte eigentlich, da wird drüben ja noch was. Das ist aber, denke ich mal, Waffe-Deckel. Na. Gut. Jetzt sag mir aber nicht, dass ich hier... Gut. Du bist ruhig. Ich würde gerade sagen, ich sag mir aber nicht, dass ich hier... so eine Scheiße wieder anstellen darf, wie vorhin. So. Oh. Ähm. Ja. Und jetzt? Jetzt geht's nach oben, okay? Jetzt ist die Frage, wo ist es bitte oben? Ach so. Okay. Gut. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass hier jetzt irgendein Gegner... Punkt reicht. Leucht. So. So, Leute. An der Stelle beende ich den Part für heute. Das war's wieder mit... wieder mit Darksiders. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschau-sinn.